Was sind deine Lieblingssongs? Meine Lieblingssongs? Ich hör momentan wirklich wenig Musik. Ich produziere selber viel Musik. Zum Beispiel meine eigenen Sachen gerade. Sehr viel. Das nimmt mir auch sehr viel Zeit in Anspruch. Weil ich sitze da jetzt gefühlt seit 6-7 Monaten nur an den Beats. Weil ich mir keine Beatpakete schicken lasse mehr. Habe ich früher gearbeitet, vor, keine Ahnung, 5 Jahren. Mittlerweile produziere ich alle meine Beats selber mit. Ist von Anfang bis Ende mit dabei. Gib mir auch diesen ganzen Stress, weil ich... Wert auf... Das hört man auch gut aus. Wann kann man mit einem neuen Song rechnen? Also... Rechnet auf jeden Fall sehr bald damit. Ich will jetzt noch nicht genau das Datum nennen. Aber ich plane auf jeden Fall in den nächsten Wochen meine Single Serie. Aber wenn die erste Single kommt, das kann ich euch sagen. Da gibt es auch kein Geheimnis. Wenn meine erste Single kommt, dann... Werden die anderen direkt folgen. Also ich würde einmal anfangen. Und sobald ich losgelegt habe... Ich habe auch mal vor... Oder ich habe auch schon einen Song mit einer weiblichen Person. Ja. Die kennt ihr aber nicht. GTA RP werde ich auf jeden Fall spielen. Aber heute nicht mehr. Schon spät geworden. Ähm... Ich will auf jeden Fall heute mal ein bisschen früher schlafen gehen. Wie war mein Leben? Zu... 2017. Zu AAR-Zeiten. Zu Alles-auf-Rot-Zeiten. Also wirklich die schönsten Frauen der Welt. Viel Geld und Mietwagen. Ja, sonst würde ich es ja nicht sagen. Kommt etwas in Richtung Hadou-Kenn. Guck mal diese Fragen mit... Kommt was wie das? Oder kommt was wie das? Weißt du? Bitte hört auf damit. Weil... Ich... Ich bring keine Serien raus. Ist nicht mein Ding. Ist nicht... Auf jeden Fall nicht in Planung. Nur wenn es Sinn macht. Aber ich versuche mich immer davon fernzuhalten. Ich versuche immer neue Musik. Immer weiter zu kommen. Immer was Neues zu machen. Immer wieder... mich neu zu erfinden. Die Reise hört niemals auf. Die Odyssee. Auf welchem Server wirst du RP spielen? Ich weiß noch nicht auf welchem Server. Da werde ich mich auf jeden Fall morgen mal reinfuchsen. Heute ist auf jeden Fall schon zu spät. Ich habe keine Energie mehr für den ganzen Scheiß. Kannst du eine Hörprobe raushauen? Ja, Hörproben habe ich genug. Aber... Ich weiß nicht was es bringen soll so. Da gibt es noch genug Instagram-Rapper. Die das vormachen. Könnt ihr auch bei denen ein bisschen reinhören auf Insta. Ja, ich mache das mal wenn ich... Wenn ich Bock drauf habe. Dann haue ich mal so eine Hörprobe raus. Aber jetzt nicht unbedingt auf. Ich will euch jetzt was zeigen oder sonst was. Sondern einfach nur weil ich Bock habe. Was war das dümmste und schlauste was du gemacht hast? Also was jetzt? Dümmste oder schlauste? Wenn du mich nach dem dümmsten fragst... Gute Frage. Was war das dümmste was ich dir gemacht habe? Ich kann es dir nicht sagen. Ich mache ungerne dumme Dinge. Und wenn ich welche mache. Dann sehe ich es ungerne ein. Dass es eine dumme Sache war. Und wenn ich es eingesehen habe. Dann sorge ich dafür. Dass diese dumme Sache nicht nochmal vorkommt. Wo kriegt man in FFM die ganzen Vintage-Kartier-Brillen? Ihr seid voll auf Brillen, ne? Weil der Sommer kommt, ne? Sorry Leute. Meine Connection kann ich euch leider nicht weitergeben. Sonst seht ihr alle am Ende wieder so aus wie ich. Wie 2017 schon. Wo bist du deine Inspiration für deine Musik her? Komm, wie wollen wir uns die Inspiration? Ja, überall, oder? In der ganzen Welt. Heute ist nur ne kleine Kennenlernrunde. Und so ne Einwägungsparty. Auf meinem Twitch-Kanal. Sagt's auch mal allen weiter. Sagt's mal allen weiter. Die sollen mal alle hier... Wie nennt man das? Abonnieren. Und äh... Ja, am Start sein. Immer up-to-date sind. Wenn ich hier... Schalter anmache. Wieso sagst du, dass du Geld brauchst? Ich kann so nicht schlafen schreiben. Bruder, wer braucht kein Geld? Jeder braucht Geld. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Jeder braucht Geld. Jeder. Kasalbrille und Lederjacke. Guck, der sagt's gerade. Ohne zu lügen. Jeder hatte 2017... Wegen dir. Haare nach hinten und Kasalbrille. Aber ich hab nie Kasalbrillen gemocht, Bruder. Stimmt nicht. Haare nach hinten kann sein, aber Kasalbrillen hab ich nie so gemocht. War nie mein Style, Bro. Kannst du Türkisch sprechen? Evet? Kann ich. Geld kann mich auch nicht verändern. Wieso? Guck mal dieser Spruch. Geld kann... ...mich niemals verändern. Ich weiß, worauf du damit hinaus bist. Sasa Memo. 21. Geld kann mich auch nicht verändern, Bro. Hör doch auf mit dem Kindergarten. Was willst du mir damit sagen? Geld kann mich nicht verändern. Natürlich kann mich Geld nicht verändern. Du kennst mich doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, ob ich Geld verändern kann oder nicht. Dann rede doch nicht so. Unnötig, Bro. So. Ah. Gute Sache. Kollabo. Kollabo-Album. Ich kann doch nicht sagen, wie gesagt, ich kann doch nicht sagen diese ganze Zeit. Ja. Ich kann doch nicht sagen, aber es wird ein hartes Kollabo kommen. Ein hartes Kollabo. Ein Turbo-Kollabo. Der wird einfach kommen um die Ecke, wie mein Twitch-Account. Der wird einfach die Upper Cards verteilen. Keiner wird die sehen kommen. Komm. Einfach geflogen, Brudi. Einfach so von links und rechts. Spapau. Ciao, Kakao. Mein nächstes Reiseziel. Boah, ich hab gar keinen Bock momentan zu reisen. Ich hab mich gerade so geil hier einquartiert. Ich will einfach mal die nächste Zeit hier abhängen. Genug gereist, Bro. Wie war die Zusammenarbeit mit 6ix9ine? Boah, das ist ja keine Frage, die ich alleine beantworten möchte, weil da muss der Farid dabei sein. Wenn der Farid beim nächsten Mal, wenn wir irgendwann mal zusammen live sind im Stream oder so, dann können wir gerne über das Thema reden, weil dann wird es wenigstens lustig. Weil wenn ich jetzt darüber trocken erzähle, wie die Zusammenarbeit war, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, ob es cool ist. Nee. Machen wir nächstes Mal mit Farid zusammen. Jugendstorys. Meine Jugend, da habe ich mir sogar gestern noch so einen coolen, alten Kindheitsfreund, der war hier, den habe ich lange nicht gesehen, der hat in England gelebt, der ist gestern hierher gekommen, hat mich besucht. Und dann haben wir so ein bisschen über die Jugend geredet und dann ist so alles wieder hochgekommen. In meiner Jugend habe ich wirklich, boah, lass mich nicht lügen. 15, 16, 17, 18 Stunden am Tag auf der Straße verbracht und ich hatte nur Blödsinn im Kopf jeden Tag und wir haben nur Scheiße gebaut. Gut. War eine geile Zeit, aber hat auf jeden Fall auch Höhen und Tiefen, wie es glaube ich bei jedem ist. Aber, ja, meine Jugend war auf jeden Fall, äh, eigentlich ganz angenehm. Natürlich ist auch ab und an mal viel Scheiße passiert. So ist es halt da, wo ich herkomme. Oder so war es halt auch immer gewesen. Aber wir sind es gewohnt. Zu stark emotional. Es kommt drauf an, äh, äh, an welchen Punkten in meinem Leben. Ab und an werde ich auch mal emotional, ja. Auf jeden Fall. Natürlich werde ich emotional. Es war doch eine Lüge, wenn ich sagen würde, nein. Ich werde emotional, äh, wenn... Wenn es um meine Familie geht. Wenn mich jemandem für dumm verkaufen will, dann werde ich nicht emotional. Aber dann schalte ich so einen Schalter in meinem Kopf um. Und dann tue ich diesen Menschen ganz anders einordnen bei mir in meinem Leben. Und dementsprechend behandle ich diesen Menschen dann auch. Jeder hat seine erste Chance bei mir. Nicht jeder, aber viele bekommen seine, ihre erste Chance bei mir. Und wenn dieser Punkt kommt, dass mich jemand für dumm verkaufen will, das sollte man nicht tun. Sehst du deinen Brüdern nah? Ja, ich stehe meinen Brüdern nah. Natürlich. Wir pflegen unsere Freundschaften hier auch untereinander. Wir sind ein guter Kreis. Alles coole Leute. Jeder hat seinen Respekt. Jeder kennt seine Position. Jeder hat seine Rolle. Jeder hat Respekt. Jeder ist korrekt. Keiner versucht den anderen zu ficken. Das gibt es bei uns in den Kreisen nicht. Sowas darf es auch bei uns in den Kreisen nicht geben. Ich weiß, dass es überall Gang und Gäbe ist. Aber bei uns dulden wir sowas nicht. In der Hand ist das. Ich weiß, dass die Hände nicht. Du hast das, was ich habe. Du hast dich.